Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SV Elversberg, 2. Bundesliga, 2023-2024, 14 Spieltag, SV Elversberg gegen SC Baderborn 07, Entgibnis 4 zu 1. Startelf, SV Elversberg, Christoph Finne, Marsch, Schickniger, Jekyll, Neubauer, Flauer, Sahin, Feil, Rechelt, Schnellbecher, Paul Stock. Das war's von SC Baderborn 07, Startelf, SC Baderborn 07, Hut H, Kindzombie, Bob, Müller, Hoffenmeier, Schuster, O.B. Mayer, Kleinfisch, Leibitz, Glas, Das war's von SV Elversberg gegen SC Baderborn 07, 17.44.